und so ein paar 6 Jahren auf der neuen Map hier der Grenze damit allen und Flo alle München auch wirklich ab die Füße gerade das ist das gewisse ich auch anprangt das ist wer rechtes Befluss die Zeit zu Fluministen wir haben Schuss Feministen war aber man sieht so hat auch die Arzt gekonnt wird das ist erreichbar da hat er es vertreten nach so an die Worten bis zur Zeit auf Null ist oder auch nicht geile entdeckten Lalo, Lalo, Lalo... Hey, hey, es wollte dich mal... Da haben wir die Kameraden lassen... Ne, ne, ich rede mit so... Abo! Na, dann können wir hier mal aufspringen. Hau, Acha... Was, wo, schell? Au, au, waa... Wir haben dat Strom hingemacht. Ja, natürlich, deine Firma-Platte ist nicht umsonst explodiert. also ich mach mal hier auf immer zu Daniel macht dann mal ein Fetscher IP dahin da wo der Strom ist und dann nicht mehr zu mir kommen weil obwohl hat funktioniert weil ich mache jetzt hier auf bleibt bei Daniel aus Vorsicht, geh weg 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 Schleswig-Hübschrauber geht auf den Zug das ist absolut korrekt Rook schluckt so viel, Rook ist angehittet ist wieder Counter-Strike angesagt Rook ist angehittet einer ist verletzt Valkyrie hast verletzt hast du ne Grenade? nein, ich hab doch keine mehr wo, 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 welche Richtung? da geradezu oder was? ja werverschwein der Galate drohung ist bereit gibt's nicht nein, Mann! nein, Mann! Achtung, der Rook lief da auch irgendwo rum und da wo, was, 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 wer ist sonst? zwei-Hübschrauber Rook direkt in deinem was, hat schon gefressen Rook da die Rook du hast gehört? hier nichts mit Countern nicht über das Schild dass ein miedes das ist im Ort warum das ist noch ein musste anpupsen ist auch loko ist doch wieder behindert da rennt er da wieder raus die uhr von bandit da ist keine frostfalle mehr hinter die kaputt gemacht koper wenn es rechts im raum wenn du rechts da durch die tür das andere schild ist da kommt wenn ich jetzt links von links von fluss von hinten ist kompendet der kompendet das mit den haus laufen das ist so schlimm das ist so schlimm ey ich kann mich noch an die Zeiten erinnern wo wir unsere Gegner einen Counter hatten und alle anderen haben einen Braumgill das ist ja nicht mal Countern Alter ich renne als Counter auch nicht ganz nach draußen oh da geht Stress gerade ja konzentriere ich mal lieber aufs Spiel nicht auf den Fernseher ich gucke ja nur gerade drüber weil gerade Zeit am Laufen ist die Geisel muss gesichert werden den Raum befestigen kann ich da was von oben reinforcen ja hier es bleiben fünf Sekunden okay ist gemacht die Gegner haben die Geisel entdeckt wohl nicht ganz ja hier na hier ist noch ein zweitlichen Reinforcer müssen wir aufpassen und auch sind die Geisel pro Räume dieser Räume und die Person auch noch eine gibt das wollen doch die Leute mehr Counter-Strike und größere und verteidigbare Räume als ein bisschen schwerer okay hier die Tür hinterher da ist Back hinter euch noch Vorsicht lasse kommt Daniel guck nicht wieder sonst bist gleich wieder tot wenn sie reinkommen sehe ich das Rekrut natürlich natürlich dreht sich wiederum nee das macht keinen Spaß macht keinen Spaß no gutes Hightdown da wo ich gestorben bin das macht einfach keinen Spaß echt schockt nicht ich hab keinen Bock mehr auf den Rotz das hab ich gesehen du Fotze das war der der Hightdown war schieß den an ey halbes Magazin in den Rücken der stirbt nicht dreht sich um gib mir ein Headshot aus der Hüfte so eine Hure das geh an ja komm Kupa da würde ich jetzt nicht mehr rausgucken was wird ihr denn gesagt haben ich würde da gerne aber lieber rausspringen und dann da rein hier was ich würde die gerne rausspringen da rein so ja mach das doch Rekade auf und rein warte mal Camps ja ich guck Camps ich hab da bisher grad keinen gesehen ich weiß gar nicht welche Kamera ist das überhaupt auf die ich da gucken muss ne ich seh da keinen Außen Camps ist da aber auch tot da ist was aufgegangen Moment ich markier gleich von oben einer ist anscheinend noch oben der hätte aber in den ganz anderen Raum gespringt da da kommt Glass wo ist markiert ist markiert die Markierung der ist weggelaufen rechts in den Raum von der Markierung und sparen wir dazu wenn ihr nix ist schon sie es nicht so ich weiß nicht man muss schon noch um es kommt vor so bei dir hinter dir da da wo die Markierung ist das Gerst ja da kommt jetzt vor bis jetzt außer sich weiter steht da jetzt im Türrahmen jetzt ist die letzte Markierung weil Kamera ist tot und Firmheit ist auch da in der Richtung oder weiß ich nicht was das oh der kommt da jetzt aber ich hab ihn nur in seinem Schild geschossen ich hab den Glass angeschossen hat er irgendwie schon auf mich gewartet du bist die müssen jetzt eben verschöpftigen bescheinigt leute ablässlich kommt jetzt vor aber das ist es nicht so gut wie ich habe ich war es abkommens und noch verletzt wird das weg jetzt haben die Markierung wird eine zu befolgen wir haben Geisel 1 stimmt die Menschen sucht die war aber ich komme an ich will die werden sollen ausspielen schönes Bein Und die Stadt kommt raus, um ihn ein wenig weiter weg von den Türen zu legen. Mit einer Aufnahme zu rein rein. Bei mir bin ich gerade voll so ein Geräusch wie... Da! Da! Vielleicht ist der Blackbeard-Spray Wyatt unter der Kabel. Wir können Bray Wyatt einen Piraten-Gimmick geben. Schwarzbart der Piraten. Joho, let's go Eric! Na 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 na. Kann Bray Wyatt dann auch seine Arme so mega ausfahren? Das kann die, geht ja nicht. Hier bei mir oben, da wo meine Drohne ist, ich weiß noch nicht wo hier. Ich hab mit Drohne ne Klausscheibe kaputt gemacht. Keine Ahnung wo da, aber da wo meine Drohne war. Ja hier, hier ist es. Es ist so, lass mich in Ruhe. Ich bin entschuldig, das was die Karriere ist. Ah, yes! Das ist die Krupa, nicht du. Das ist die Krupa, nicht du. Ach, der gleiche Raum, den die Fohlen hatten, ne? Ja, let's go. Ich hab keine Ahnung wo die Kameras sind. Ich hab die Augen auf, da hinten rechts ist eine Kamera. Ah, was ist schon tot, Krupa? Achso, sag das doch. Ich schieß mein halbstes Magazin rein. Ich hab's eine Sekunde nachdem du so wie gekillt hast, habe ich erwischt. So. Fuck dich. He 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 he. also hier wieder dieser tolle counterstrike raum also gehe ich da nicht mal sondern ich gehe auch mal ganz an sich auf das gebäude ich mach doch mal hinten ist eine hässliche Tieren es ist eine hässliche Türen spielen sie tut doch nichts auch es hat sie wieder schrecklich verhandelt das war zu nah immer durch da kommt da kann ich nichts ausrichten aber ich weiß nicht ob ich da auch machen will da bin ich mir unsicher wenn dann vielleicht diesmal hier ich hätte so einen Plan wie wäre es wenn wir hier durch die Höhe gehen und da mal versuchen da das loszuzählen wo war das bitteschön ich hab den weggecountert ah der Mist haben sie sich, ah vom Gang counter oder vom Drache drin da wo ich markiert hab der Gang gerade durch oh nein wie kann der Rook so, eine Rook Mega mit Lightning Speed ist er weggerannt alter scheiß Hacker Rook ist tot kannst du versuchen rauszukriechen wenn der aus, ja ich versuch's, also ich bin schon, ich bin schon, ich verbringe gleich pass auf jung ich wurde entdeckt oh ich hab Valkyrie verletzt aber leider nicht gekillt ah das ist die geradeaus durch kannst du sie noch kriegen, Daniel soll filmen, halt mal hier auf, ich kann's aufkommen nein, hier sind da zwei Schildern ah das Blitz hm kann man das nicht irgendwie killen ey naja, nur die Thatcher ne warte ich spring mich da einfach durch so stur ich hab dir ein Headshot gegeben de Frost die Frost ist verletzt die Frost ist verletzt die ist war jetzt aktiv nur die wahrscheinlich wurde Valkyrie wieder aufgeräuscht Bandit stand still auf welcher Stelle ich hab ihm Headshot gegeben und er lebt noch welche Richtung stand da da hinten du kannst du hier noch mal ne Drohne nehmen ha ha eyler Valkyrie versteht nicht das man Ja genau! Das meine Freundin ist Rainbow Succeed. Ich weiß, dass sich Null bewegt hat und ich sogar noch 5 Sekunden zum Zielen Zeit hatte. Ich glaube, nächstes Mal schieße ich auf der Ferse und dann bekomme ich Hedgehog draht. Wahrscheinlich. Und das, was ich gerade hatte, war ein Hedgehog, aber auch ein klarer Hedgehog. Aber Leute, das war krank. Da war so ein Schild. Das Schild wurde elektrisiert und hinter dem Schild war Stacheldraht und Frostfalle. Ihr habt das gesehen. Ich habe da alles gleichzeitig draufgepackt. Das hat aber nicht wirklich Sinn gemacht, weil er soll über ein Blitzschild springen. Das macht doch gar keinen Sinn eigentlich. Und ich habe einfach direkt neben dem Schild... Ich habe einfach direkt neben dem Schild dann die Wand aufgesprengt. Ja, ich springe die Wand auf und dann die Wand aufgesprengt. Trotzdem ist das dumm. Ja. Das. Also, so lange du schlau bist, was wir eigentlich sind. In den gleichen Raum. Ja. Was wir alle sind. Ich glaube, da wird irgendwo eine Drohne unterwegs. Ein, nicht zu schönes. Kannst du mir das nochmal markieren, wo das von oben war? Ja, ich bin gerade wirklich froh. Ach, ich habe es. Ach, ich habe es. Ich habe einfach eine Drohne. Boah. Danke für das Sandschießen. Ja. Da war gerade der Drohne. Es bleiben fünf Sekunden. So, wir machen einfach jetzt das gleiche wie in der letzten Ohn. Dann funktioniert das. Ey, ich will nicht das gleiche wie in der letzten Ohn. Das war scheiße. Das hat geholfen. Mehr oder weniger. Okay. Dann kommt ihr wieder zum nächsten Mal zusammen. Das hat geholfen. Nee. Weil, da wird mir nicht gelassen. Ja, die sind schon alle angeht. Ja, die sind schon in der Gegend. Ja, die sind schon alle gegen, ey. Ha, ha. Guckt einer als Kamerainers? Auch sind wieder hier an meiner Tür. nicht offenbar das protokoll wieder an die sortieren unter mir sind zwei damals gesehen da kommt ein schild rein bei mir hier ja das war blackbeard genau den auf den ich schieße blick wird habe ich ja du kannst mich holen schild ist angeschossen aber schild ist da auch noch okay ich wurde getötet vom schild ne von gläß oben gläß ist oben nicht hingegen da ist sledge der mich markiert scheiße sledge ist da da der seiten sie sind mit den fänden ich hasse die bühne auch wieder verteidigen wenn wir nicht den gleichen rum wieder kriegen soll man jetzt einen anderen raum kriegen also kommt unsere hände bestätigt den sieg ey let's go guys die geisel muss beschützt werden bullshit wir sind oben ne? ja, im gleichen Raum moment, das ist der gleiche Raum den wir eben gerade auch hatten? ja und in der ersten Runde ich bin da immer nur zu einer Seite raus wie schwer ist das zu programmieren ey, dass man den fucking Raum ändert weißt du das ist doch nicht so schwer, Jungs von Ubisoft da ist jetzt die Rüstung ein bisschen scheiße, kann der einer von euch dann gleich mal kaputt machen die Rüstung packen wir mal alles ist da alle genommen ja, ist da alle weg ja, deswegen machen wir schnell kaputt was willst du denn kaputt machen? ja, weil ich weil da das Loch weil da das Loch ist der Gegner hat Sichtkontakt zur Reise reinforce du mal von oben da, Cooper, schnell ich komm da nicht mehr hin hab ich gar nicht mehr hab keine mehr okay schuss der Besuch kann kommen nicht ganz perfekt ich behalte ein Ästchen vor ich suche nach Feinden ein Ästchen mit meinen Süßen ist platziert bereite Willkommensmatte vor okay, die schießen hier schon hart okay, wieder an der Tür hier dieser Raum ist einfach nur so kernbehindert kannst du noch mal markieren, Sir? bitte okay kann einer noch mal kurz ein paar Camps durchgucken? der Wetscher ist an der Tür Scheiße, ich werd gleich gepusht bei mir bei mir ich brauch Hilfe wo bist du? unten du kannst mir nicht helfen mit ich hab noch einen injured den nehm ihn NEIN, ich kann den nicht mehr mitnehmen weil mich dann einer von hinten killt Blackbeard ist drin, hat mich dieser scheiß Blackbeard, ey, wie stimmt den der knapp halt ich injure den da draußen, ey und dann kommt der von du musst runter Cooper die überrennen die zu zweiter mhm Scheiße Blackbeard hat noch knapp halbes Leben f*** hier am besten ja, genau einer hat auch halbes Leben der liegt draußen die hohe die Twitch oh, Gott sei Dank das Nachladen warte mal oh, da Scheiße ich glaub die Laus sind hier ja ich hab einen gesehen oh f*** der Cooper ist noch einer Twitch oh Gott, da ist auch noch chill? ja ich geh weg da nicht das Schild facen oh man, die wär gerade nicht vorbeigelaufen nein, hol ihn hol seinen Kopf hin da ist Twitch, Twitch kommt runter gesprungen Twitch ist oben da ist sie, da ist sie da ist sie ich muss grad nach Mission gescheitert eigene Operator gefallen Bullshit dreimal den gleichen Raum verteidigt die wär nach oben gerannt und genau meine Arme dann läuft sie ähh ahhhh eine der Runden meines Lebens leider nicht wird einem Sieg gekrönt wir sehen uns dann zu einem nächsten Part von Rainbow Six Siege tschau 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 tschau